54 Zaun hatten wir glaube ich, ne, und übrig bleiben müsste 8? Ne, hatte ich 58, ne, halt, warte, äh, 48, 56 hatte ich, ja doch, passt, 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 alles, wunderbar, so hier, das bisschen, ich weiß nicht, hier mache ich mal folgendes, so, halt, so ist richtig, ne, ja, genau so, hier ist nicht allzu tief, hier füllen wir einfach auf, statt eine Brücke zu bauen, musst du nicht über eine Brücke bauen, weißt du, fülle ich einfach mit, was noch, Lehm, mit Erde auf, und hier ebenfalls, so, dann hätte ich, müsste ich eigentlich auch ein bisschen Gravier mitnehmen, um hier gleich Gravier reinzufüllen, oh, und ich muss nochmal Erde holen gehen, scheiße, so viel dazu, oh, was macht das Schaf hier im Weg, ah, Schäfchen, so, ach, auch die Brücke, eigentlich geht die doch, oder, was meint ihr, doch, so schlecht sieht die gar nicht aus, im Vergleich zu den anderen Brücken, ja, doch, ich glaube, die passt sogar ganz gut, so, könnt ihr ja mal eure Meinung da schreiben, in die Kommentare möglichst, so, und ich, äh, wollte, ach so, Erde holen, und Gravel, 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 zehn Stück werden nicht reichen, nehmen wir mal den 64er Stack hier, oder nehmen wir, machen wir mal so, und lassen das hier mal da, so, und Erde, packen wir auch mal da unten rein, und den Zaun brauche ich auch gerade nicht mehr, so, gut, und dann, ach, Sand habe ich auch noch, siehste, was war das gerade, keine Ahnung, komisches Geräusch, habe ich gerade gehört, so, Sandstein habe ich hier, Sand, da nehmen wir mal, haben wir genau 32, heißt also 1, 2, 3, 4 Kohle, und, hopps, hopps, so, das ist, weiß gar nicht, ob das genug Sand ist, ob das nicht sogar zu viel ist, aber, naja, so, äh, ein Ei habe ich noch in der Tasche, na, ganz toll, so, aber so schlecht ist die Brücke gar nicht, oder, was meint ihr, die geht doch eigentlich, so, Moment, ach ja, hier Gravel rein, so, warte, aber erstmal muss ich hier unten auffüllen, warte mal, mal umgucken hier, okay, nicht, dass ich hier Lehm zu baue, das möchte ich auch nicht unbedingt, so, ist einfach hier Gravel rein, und dann passt das schon, müsstest du eigentlich hier einen Zaun rein, rummachen, dass du nicht ins Wasser fällst, aber naja, ist glaube ich nicht nötig, oder, nee, das brauchst du doch eigentlich nicht, so, hier hinten muss ich auch nochmal einen hinmachen, so, dann sieht das ein bisschen natürlicher aus, nicht so künstlich hier, der See, da oben sind, ach, Kakaobohnen, so, na gut, dann einmal hier durch, warte mal, halt, geht das jetzt höher hier, na, nicht wirklich, na, nur ein kleines Stück, ich glaube, da kann ich noch, kann ich noch so durchbrütteln, ohne jetzt nochmal einen hoch zu gehen, oder, ah, das geht, glaube ich, oder, ich gucke mal, andererseits geht es hier wieder so hoch, hm, naja, das, das weiß ich nicht, so, hast du hier wieder Wasser da vorne, das ist doch alles belöht, so, du möchtest dich ja hier nochmal, abgetragen, weiß nicht, ob das so gut ist, oh, da ist die Schaufel kaputt, so, na komm, weißt du, dann möchte ich das auch nochmal, so, mach ich mal hier so, 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 okay, und hier nochmal weg, und hier wäre ich alles weg, alles muss weg, alles muss weg, so, erst mal hier weg, okay, was, machen wir hier ein bisschen weg noch, oh, ne, warte mal, halt, vielleicht hier ein bisschen weg noch, so, dann sieht es natürlich aus, oder, was meint ihr, und hier, jetzt, machen wir mal so, so vielleicht, ja, doch, das geht, glaube ich, so, dann sieht das nicht ganz so aus, als hätten wir das weggegraben, nur um hier den Weg hinzumachen, so, und ich kann dann Gravel auch gleich nochmal loswerden, ich weiß gar nicht, wie weit er reicht, muss ich mal gucken, so, oder Stein da unten, auch nicht schlecht, den brauche ich doch sogar eigentlich, naja, so, und dann muss ich hier wohl einen Tunnel bauen wieder, ne, sieht ganz so aus, weil das geht ja wohl ein bisschen höher, ach, hier, hier brauche ich den Gravet gleich nochmal, siehste, so, so ist das Leben, hier ist nur Sand, okay, na, das ist doch komplett falsch, hier muss Erde hin, und das Blatt muss weg, so, halt, hier raus, so, hier hinten, muss ich dann wohl zubauen, das kleine bisschen Teich, so, okay, oh, Sand, und hier machen wir mal hin, so, das reicht erstmal, dann mache ich hier nochmal, halt, okay, so, Erde werde ich ja genug haben, anscheinend, das wird wohl nicht das Problem sein, oh, jetzt habe ich das hier oben hingesetzt, wieso das denn, keine Ahnung, so, so passt das doch, ja, so, okay, dann muss ich immer, oh, ich kann einen Baum aufholzen, yeah, ich kriege Holz, ich kriege Holz, ich kriege Holz, yeah, ist das nicht toll, aber ich habe schon wieder den Fehler gemacht, dass ich hier wieder, oh Mann, da hatte ich euch doch vorhin erklärt, nee, vorhin, also hatte ich euch zumindest erklärt, wie das geht, wenn man das haben will, naja, so, jetzt mache ich erstmal hier den Tunnel, ich muss mal gucken, komme ich hier direkt unter dem Blätterdach durch, sieht so aus, ne, wenn ich jetzt hier durchkuddel, tatsächlich, dann ist ja auch nicht schlecht, so, oh, da komme ich wieder auf, da treffe ich wieder auf einen See, auch nicht schlecht, so, ich hätte die Schere mitnehmen sollen, wieso habe ich denn keine Schere mit, verdammt, jetzt muss ich hier die ganzen Blätter von Hand wegkloppen, das ist doch scheiße, so, Moment, okay, die Blätter wegkloppen, yeah, ist das nicht toll, ist das nicht toll, oh, hier ist schon wieder so ein scheiß See, verdammt, ich glaube, da muss ich dann auch wirklich eine Brücke rüberbauen, oder, was meint ihr, ja, ich glaube schon, so, zumindest eine kleine, weißt du, muss ja jetzt nicht, nicht eine sagenhaft tolle Brücke sein, dann kann ich auch gleich ein bisschen höher gehen, weißt du, so, dann gehe ich auch gleich ein bisschen höher, halt, warte, warte, Moment, du musst mal weg, du Schaf, und ich brauche auch halb, halb, halb Steine brauche ich nochmal, so, naja, egal, so, ähm, ich muss mal, ich gehe mir erst mal pennen, und dann gucke ich mal, wie ich die Brücke hinten angefangen hatte, mit diesem Aufstieg da, damit das genauso aussieht, weil ich fand den so toll, so, nee, wie hatte ich denn das gemacht, ich muss eh noch halb Steine, hab ich davon, ach, ich habe ja noch welche davon, siehste, so, brauche ich gar keine bauen, ha, 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 siehste, so, hier, die Brücke braucht übrigens noch Lichter, ne, die ist noch zu dunkel, und hier müssen überall noch Fenster und Türen und so eine Sachen hin, ach, du Heilige, siehste, zwei Türen muss ich gleich mal machen, werde ich auch gleich mal machen, ach, habe ich ja auch wieder so wenig Holz, habe ich noch Holz irgendwo, ne, ach, Holz, doch der Teufel, Mensch, so, ja, habe ich nicht genug, aber Fenster kann ich wenigstens mal machen, komm, weißt du, so, nee, hier, 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 so, so, 64 Glasscheiben sollten erst mal reichen, mache ich die gleich mal hier hin, halt, so, ach, hier kriege ich auch wieder Holz, weil das muss ja auch weg, das waren auch, ein Vierer Fenster war das hier, glaube ich, ne, ja, genau, und da fällt das Holz natürlich raus, was total praktisch ist, verdammt, so, jetzt, komm zurück zum Papidoholz, so, okay, dann, hopps, hier, und hier, Fenster, 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 okay, hier ein kleines Fenster, hier ein Fenster, hopps, hier ein Fenster, so, und dann haben wir hier ein paar Fenster drin, dann kommen nicht die ganzen Monster da wieder durch, hier oben auch nochmal, dann kann man da nicht rausfallen, so, müsste ich eigentlich die Connecticut Textures, äh, Connected Textures da nochmal rein machen, aber ich hatte die, glaube ich, rausgenommen, weil das zu viel Performance gekostet hat, aber ich glaube, das ist gar nicht so, ich bin mir unsicher, naja, so, ist das richtig? Ja, so, okay, hopps, und hier nochmal, hier war ja die Küche, da muss noch ein bisschen ausgebaut werden, natürlich, aber es geht eigentlich, so, die Brücke braucht noch Lichter, ne, komm, dann mach ich mal hier vorne, hier, hier, und dann mach ich mal hier, hier, vielleicht, hier, hier, und hier, hier, und dann sind das zwölf, das heißt, wenn ich, das passt ja überhaupt nicht, warte mal, eins, zwei, drei, vier, wenn ich jetzt hier einen hin mache, hab ich jetzt da drei, und hier, eins, zwei, drei, und hier, und dann hab ich hier in der Mitte, eins, zwei, drei, vier, das ist blöd, reifste, dann lass ich die einfach weg hier, so, fallen die Fackeln, glaub ich, in die falsche Richtung natürlich, genau, das ist doch schön, oder hab ich die jetzt aufgesammelt, schon, ach, keine Ahnung, so, anscheinend hab ich sie schon aufgesammelt, so, gut, naja, dann lass mal die Brücke halt so, dann sind da jetzt nicht ganz so viel, ach, hier sind die Fackeln, ganz so viele Fackeln sind da denn doch nicht, so, so geht's aber auch, so, das sollte reichen, glaub ich, oder, das reicht doch, oder nicht, was meint ihr, so, hier von außen noch welche, halt so, und dann haben wir da, so, jetzt muss ich, ich wollte gucken, wie ich das hier gemacht hab, warte, was war so, also immer drei, drei Halbblöcke hoch sozusagen, ist das dann, gut, ich kann mal den Apfel essen, und dann werde ich mal ganz kurz, äh, das hier mit reinpacken, und die Glasscheiben brauche ich gar nicht mehr, ach so, Mist, naja, egal, so, okay, aber das Holz brauche ich noch, oh, hier sind, Setzlinge, ist ja Entsetzling, ne, entsetzlich, oh, komme ich gar nicht raus, so, das Schafe sind weg, so, ähm, Moment, so, komme ich hier irgendwie, ich komme hier gar nicht raus, so ein Scheiß, hier komme ich raus, so, nein, nein, das muss weg, so, okay, ich denke, das reicht hier von der Höhe her, oder, um dann durch den Dschungel zu kommen, irgendwie, hätte ich auch schon vorher machen können eigentlich, naja, jetzt habe ich so einen schönen Tunnel gegraben, das ist natürlich auch toll, da muss ich bloß darauf achten, dass der Gravierer ja nicht drauf kommt, sondern auf die gleiche Höhe, verdammt, so, na gut, dann hier, ich weiß nicht, hier mache ich mal bis hier, bis hier, und dann mache ich hier mal einfach Erde hin, einfach hier drunter, so, okay, so, halt, nee, warte, die hier muss weg, halt, die ist blöd, gesetzt, so, blöd, 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 alles blöd, total blöd, so, nee, weiß ich nicht, so, okay, hier, und dann, mache ich mal hier, halt, so, und dann kommt da halt Gravel rein, auf diese Höhe wieder, und wir graben uns jetzt hier durch, ohne, verdammt, ich hätte eine Axt, äh, Dings machen sollen hier, na, wie heißt sie, ihr wisst, was ich meine, so, eine Schere, Oh, mach ich noch ein See, na sowas, das ist natürlich praktisch, wo kommt der See her, einfach so unter der Erde wieder, das ist natürlich auch idyllisch eigentlich, hm, naja, müssen wir wohl zerstören, diese Idylle, das tut mir natürlich leid, aber das, da hilft wohl nichts, so, mach ich hier mal so, Oh, ups, oh, ist irgendwie dunkel hier, aber, das liegt wohl daran, dass ich unter der Erde bin, so, na gut, ähm, dann hier so, und dadurch, und, halt, das ist doch komplett falsch, oder nicht, ich weiß nicht, erstmal muss ich hier so, okay, halt, so, ich muss dann wahrscheinlich, einfach das so bauen, dass man gar nicht sieht, dass da ein See war, weil sonst sieht das irgendwie doof aus, weißt du, das ist ja auch irgendwie blöd, halt, oh, na egal, lass ich da, so, na gut, machen wir es halt so, das geht schon irgendwie, und dann, ich brauche wirklich eine Schere, warte, ich, ich hole mir mal, habe ich noch Eisen mit, nee, ich habe kein Eisen mit, ich hatte doch noch die Schere, oder habe ich die schon zerstört, zufällig, so, lalalala, ich könnte eigentlich auch das Schwein nehmen, da wäre ich schneller da, naja gut, so, ich muss, ich muss das mal ausprobieren, wie das hier über der Brücke ist, nee, äh, das ist das Babyschwein, ach komm, nehmen wir mal das hier, so sieht das denn aus, über der Brücke, oh, da fällt es ja immer noch runter, so ein Scheiß, na sowas, das ist ja blöd, na gut, dann, äh, muss ich da wohl langsam mal laufen, an der Stelle, das nehme ich mal wieder raus hier, halt, ich wollte die Schere mitnehmen, die hatte ich hier reingesteckt, genau, so, und da kann ich ein paar, wunderschöne, äh, Dings hier bauen, so, äh, Dings, äh, Booms, äh, hab ich vergessen, ähm, was muss ich bauen, ach so, ach genau, ja, dann kann ich einfach die Blätter abbauen, dann kriege ich da Blätter, das ist auch nicht schlecht, so, hier zum Beispiel, hier ist hoch genug, hier brauche ich die gar nicht abbauen, so, hier bleiben wir auf, ja, bin ich ein Dieb weg, leider, das ist ein bisschen doof, aber das lässt sich nicht vermeiden, leider, so, dann muss das hier weg, oh, was ist das denn, das ist halt so tief hier, na sowas, das geht ja nicht, so, und ich muss was essen, was essen, was essen, nee, Moment, machen wir es mal, so, und ich höre schon wieder ein Schäfchen, so, wo bin ich überhaupt, F3, 2800, also ein bisschen haben wir noch vor uns, noch etwa 2800 Blöcke, aber das geht ja, so, brauche ich erstmal hier durch, so, der Baum, also der Baum stumpf da oben, muss leider auch weg, das tut mir auch wieder leid, aber das lässt sich halt auch nicht vermeiden, so, jetzt komme ich da wieder so durch den Dschungel, das ist ja blöd, ups, so, hier muss man, weg, mal mitten durch den Dschungel, aber auch, das ist ja auch irgendwie, ungünstig hier, lässt sich halt nicht vermeiden, ne, so eine Sachen, ob ich den umfahren, umfahren ist gut, also um, um, um buddeln sollen, ich weiß es nicht, wäre vielleicht besser gewesen, höchst, keine Ahnung, so, okay, machen wir mal so, und hier, ups, ne, falsche, falsches Werkzeug, die Achse brauchen wir natürlich, so, okay, oh mein Gott, er hat, er wollte einen Baum mit einer, äh, Spitzhacke abbauen, so ein Noob, pfüff, so, okay, hier, da, ich muss mal gucken, warte mal, halt, ich gucke mich mal hier kurz um, wie hoch das denn jetzt da ist, oh, oh, da komme ich ja mitten durch den Berg durch, na sowas, ne, warte, komme ich da durch, bin mir unsicher, aber ich scheine zumindest am Riesenbaum entlang zu kommen, so, alter, wie, wie groß ist dieser Dschungel denn bitte, das gibt es ja gar nicht so, oh, ach, hier ist eine Höhle, oh, scheiße, da will ich gar nicht rein, vor allem, da schwebt der Baum in der Luft, na klar, na klar, ist doch klar, gut, dann baue ich mich da wieder runter einfach, was ist denn das hier, oh, ups, äh, ach, hier ist bestimmt eine Höhle, und deswegen ist das da runtergestürzt, alter, bitte was, warte, 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 hat Licht, ich, ähm, ähm, eine Spinne, Hilfe, ey, die haut mich, scheiß Spinne, so, alter, was ist denn das hier, bitte für eine Höhle wieder, das ist ja einfach, das habe ich ja keine Worte mehr für, wer baut denn so eine Höhle, oh, Eisen, okay, ich nehme das Eisen mal mit, und dann verpisse ich mich hier aber auch wieder, weil, ich möchte mich hier gar nicht aufhalten, so, okay, gut, sonst finde ich den Weg wieder nicht raus, und dann, nee, das ist blöd, oh, da oben geht es weiter, hier geht es überall weiter, wie tief bin ich denn überhaupt, ich weiß es nicht, ach, hier ist Gravel, ach du Scheiße, na toll, eigentlich müsste ich den Gravel mitnehmen, ne, wisst ihr ja, aber, und eigentlich möchte ich das gar nicht, verdammt, warte, hier ging es noch irgendwo in eine andere Richtung, hier geht es, oh, Lava, gut, da bin ich wenigstens sicher, da kommt keiner durch, so, okay, hier kann auch einer durchkommen, andererseits, naja, so, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Gravel das jetzt hier ist, bestimmt wieder so ein Riesenvorkommen, vielleicht haben wir hier gleich zwei Riesenvorkommen, nee, oder, ach nee, so viel ist es hier gar nicht, na, geht, wow, da bin ich gerade ein Stück runtergefallen, gleich erschrocken hier, so, weiß gar nicht, auf welcher Höhe bin ich denn, oh, 40, nee, war ganz schön tief rein, naja, so, jetzt wird G-Set, oh Gott, na gut, dann, äh, hier wieder, niveauvolle Unterhaltung, mit dem guten Mago Gun, hahaha, das ist doch toll, so, ähm,